Naja, wenigstens wird jetzt wieder Tag. Ich bin doch jetzt schon über den Spawn raus, oder? Da waren doch ganz viele von diesen Steindingern, von den Mossy-Stone-Teilen. Hier war ich noch nie. Und das war irgendwo, wo ich schon mal war. Merkbar. Es muss hier irgendwo gewesen sein, ich will das finden. Dann haben wir nämlich mit dem Werkzeug kein Problem mehr, wenn das durch Level oder ich weiß nicht genau welcher Mod hier drauf ist, wenn das Werkzeug sich dann automatisch repariert. Von hier noch vier Beeren. Tropfen auf den heißen Stein. Das war hier irgendwo, ich bin mir sicher, ich kann es fast riechen. Aber nur fast. Das war bestimmt eine Biom-Zugehörigkeit. Das ist nur die Frage zu welchen. Das muss man halt mal gucken. Da drüben vielleicht. Aber das ist eigentlich nicht da, wo ich schon mal war. Ruhe Zucchini kann man mal snacken. Das wäre ja übel, wenn das nur ein Bug war und die ganzen Steindinger jetzt weg sind. Äh, ich hab kein Dings da. Will den aber haben. Perfekt. Wie weit bin ich denn jetzt von zu Hause schon weg? 1600 Meter. Ich hab irgendwie wirklich das Gefühl, das ist nur ein Bug gewesen. Ich hab irgendwie wirklich das Gefühl, das ist nur ein Bug gewesen. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wenn es hier jetzt in dem nächsten Waldstück nicht ist, dann geh ich wieder nach Hause. Oh, noch ein Meteor. Der ist riesig. Erze können wir immer mitnehmen. Vor allem wenn sie so offensichtlich an der Tagesoberfläche liegen. Das sagt man nicht nein. Nicht wahr? Schoko Maple Leafs. Also ich geh jetzt noch zu dem Biom und wenn es da nicht ist, dann müssen wir nach Hause. Ah, war das hier nicht irgendwas mit diesem Sky-Dings da, Falara? Diese Steine? Sky ähm... Wie hieß denn der Mod? Mit dem Media und ich im Minecraft City 2 Projekt gearbeitet haben, um diese Portale zu errichten. Portal. Portal. Portal Gans sind da auch drauf? Heftig. Mining Multitool. Okay, da können wir die andere Welt umhauen. Äh, in die Mining Welt. Es muss jetzt hier sein. Hier sind wir gestartet. Ich nehm mal gleich die schönen Steine hier mit. Kann man ja immer mal brauchen, ne? Aber, also wir müssen uns demnächst wirklich... Ich sag das schon wieder viel zu lange. um die Brücke kümmern. Dass man auch mal was sieht, dass ich was arbeite. Also das mit diesen Musse Stones, das irritiert mich ein bisschen. Weil ich bin mir absolut sicher, dass da ganz schön viele da waren. Ich kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht wahr sein. Ich suche schon viel zu lange. Statt dass ich irgendwo anders geguckt hätte. Aber hier ist nix. Ich war mir so sicher. Aua. Ich war mir absolut sicher sogar, dass das hier ist. Ich mein, wir können jetzt einfach wieder zurücklaufen am Wasser entlang. Dann müssen wir eigentlich auch dran vorbeikommen. Aber wie gesagt, ich habe auch gedacht, das sei hier. Das Villager Dorf muss ja auch noch irgendwo sein. Oder es ist eine Magiewelt, in der die Welt sich verändert. Waren wir schon wieder viel unterwegs heute. Und brennt das Pferd. Oh, Cinder. Das ist Lava. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt. Das war knapp. Ja toll. Ich glaube, ich gehe mal wieder heim. Also es wäre schön gewesen, wenn wir direkt so eine Repair Spitzhacke gehabt hätten. Ich kann es mir nicht erklären, wo die Steine hin sind. Ich meine, ihr habt es ja auch in den vorigen Aufnahmen gesehen. Die waren da. Ohne Zweifel. Wo die jetzt hingegangen sind. Hm. Tja. Das war es nur Daribej. Ne. Hat er mich so gefreut. Ich hoffe mal, dass der Creeper mich links nicht bemerkt hat. Oh, das sind Häschen. Und Creeper. Und Zombies. Alles, was man nicht braucht, ist da. Dass ich da am Anfang nicht gleich welche mitgenommen habe, das ist schade. 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 Ich war mir so sicher, dass da Mossi... Überall im Wald lagen Steindinger rum. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Oder ob das vielleicht doch in einer anderen Richtung war, wenn ich mich da vertan habe. Ja, klar. Ist ja logisch. Besuchsempfangskomitee ist auch schon da. Oh, auch noch einer. Noch einer. So, Schnurstracks nach Hause. Vielleicht stolpere ich ja doch nochmal über so ein paar Steine. Wäre zumindest schön. Habe ich Knochen? Hat nicht funktioniert, oder? Ne.